Große Fußballtage sind zurzeit noch selten in Gelsenkirchen. Heute soll ein großer Fußballtag werden. Schalke zum ersten Mal seit zwölf Jahren im Halbfinal eines Pokalwettbewerbes und das vor der Rekordkulisse der Saison. 72.000 Zuschauer, ausverkauftes Stadion, die Einnahmen weit über eine Million. Schalke 04 hat über den Pokalrausch, so wirft man der Mannschaft vor, den Zweitliga-Alltag vergessen. Ist in eine spielerische Krise gekommen und ob diese Krise überwunden ist, das wird der heutige Abend zeigen. Auf jeden Fall der Gegner der FC Bayern München ist der große Favorit. Daran deuteln auch die größten Schalker Fans nichts. Hier haben wir die junge Schalker Mannschaft. Der Pokal, wie gesagt, ein riesiger Erfolg für Schalke bis ins Halbfinal vorgedrungen zu sein. Nur ein einziges Spiel musste in der Verlängerung ausgetragen werden. Das war gegen Hertha BSC, wo man in Berlin mit 3 zu 3 gewann und dann zu Hause mit 2 zu 0 siegte. Ansonsten glatte Ergebnisse für Schalke, ebenso wie für den Gegner, für den FC Bayern. Anstoß durch Schiedsrichter Wolf-Günter Wiesel. Der FC Bayern in der stärksten Besetzung, in der Besetzung, die wir aus der Bundesliga gewohnt sind. Nachtwey, Probe, Klaus Täuber, Schalkes erfolgreichster Angreifer in dieser Saison und Jean-Marie Pfaff. Zum ersten Mal geprüft Belgiens Nationaltorwart. Und ich bin sicher, so hatten sich die Bayern den Auftakt nicht vorgestellt. Wieder Klaus Täuber, vier Tore im Pokal bereits erzielt. Und Bertram Bayer-Lorzer rettet zur ersten Ecke für Schalke 0-4. Bernd Dirksen, der 24-Jährige, mit der Nummer 7, wird diesen Eckball ausführen. Bis auf Karl-Heinz Rummenigge der gesamte FC Bayern in der eigenen Hälfte. Und ein schöner Schuss von Matthias Schipper. Ein guter Auftakt. Dass Schalke hier offensiv spielen wurde, das hatte niemand bezweifelt. Schalke als Außenseiter hat ja eigentlich nichts zu verlieren, nur viel zu gewinnen. Aber die Mannschaft hat Probleme mit den Nerven, das haben die letzten Zweitligaspiele gezeigt. Der FC Bayern geht sehr selbstbewusst in diese Spielen. Auch taktisch wird keine große Rücksicht auf den Gegner genommen. Man erwartet, dass Schalke sich auf die Bayern einstellt. Foulspiel angezeigt. Foul an Klaus Argentaler und Norbert Nachtwey wird diesen Freistoß ausführen. Rummenigge, Michael Rummenigge und Karl-Heinz Rummenigge das 1 zu 0. Schiedsrichter zeigt auf den Anstoßkreis dritte Spielminute das 1 zu 0 für den FC Bayern, den Favoriten im Gelsenkirchener Parkstadion. 23 Tore hat Karl-Heinz Rummenigge in der Bundesliga erzielt. Dies ist sein erstes Pokaltor. Wiederholung, die Vorarbeit von seinem Bruder Michael, der im Pokal viel erfolgreicher war. Und dann Karl-Heinz Rummenigge, der sich eine solche Chance natürlich nicht entgehen lässt. Unruhe unter den Fans. Ich hoffe, wir sehen keine Ausschreitung, so wie Gett dann bei dem hervorragenden Pokalspiel zwischen Gladbach und Werder Bremen, als sich irgendein Fan zu der Dummheit hinreißen ließ, Tränenglas auf den Platz zu schießen. Bremen hat ja, wie Sie sicher gehört haben, inzwischen offiziell gegen die Wertung dieses Spieles protestiert. Und ein Wurf durch Klaus Täuber. Kam über den Stuttgarter Kickers und über den 1. FC Nürnberg zu Schalke 0-4. Die Bayern fighten da ganz energisch vor dem eigenen Sprachraum. Wiesel legt sich da den Ball zum Freistoß zurecht. Und Schiedsrichter Wolfgünter Wiesel misst die Entfernung ab. 36 Jahre ist der alt, hat als Linienrichter fungiert bei Horstmann, Redelfs und Volker Roth. Und dies ist seine 1. Saison als Bundesligaschiedsrichter. Während die Schalker tauschen geschickt die Positionen. Ja, zum 2. Mal Verwirrung in der Bayernabwehr. Klaus Augenthal erklärt auf Kosten eines Einwurfs und den Thomas Kruse ausführen wird. Udo Lattec, der sich den Gegner am letzten Sonntag beim 3-3-Heimspiel angeschaut hat. Schalke 0-4, so sagte er mir vor wenigen Minuten noch, war 60 Minuten lang relativ schwach, wirkte nervös und dann aber 30 sehr gute Minuten. Und wenn Sie die Nervosität ablegen, die Sie am letzten Sonntag gezeigt haben, dann darf man diese Mannschaft nicht unterschätzen. Augenthaler, der weite Pass auf Rummenigge. Rummenigge im Duell mit Michael Jakobs, dem 24-jährigen Bruder von Dietmar Jakobs, dem HSV-Spieler. Und die beiden werden wir wohl im Verlauf der nächsten 90 Minuten öfter beieinander sehen. Trainer Dieter Imferner hat Michael Jakobs als Spezialbewachung für Rummenigge aus Versehen. Augenthaler, noch immer Augenthaler, Michael Rummenigge. Und Lerbi, Sören Lerbi, vor dessen starken Linksschuss die Schalker ein bisschen Angst hatten. Peter Stichler soll sich Sören Lerbis annehmen und zweiter Eckball für den FC Bayern. Da haben wir wieder Jakobs und Karl-Heinz Rummenigge. Lerbi bringt die Ecke herein. Ja, der Pass von Dürrenberger auf Michael Rummenigge. Zu hart, zu weit. Keine Chance für den jungen Münchnern. Schalke 04 in derselben Besetzung wie am vergangenen Sonntag mit einer einzigen Ausnahme. Der leicht verletzte Jochen Abel spielt nicht dafür von Beginn an dabei. Volker Abramczyk, der gegen den KSC beim 3 zu 3 ein Tor schoss, eine gute Vorstellung bot und deshalb von Beginn an berücksichtigt wurde. Bernhard Dietz, der 36-Jährige, am vergangenen Sonntag nicht ganz überzeugend. Die Abwehr so ein bisschen das Problemkind von Schalke und das frühe Tor der Bayern hat dies bestätigt. Grobe, Dürrenberger, Klaus Augsburg, Klaus Augsburg, Klaus Augsburg, Klaus Augsburg. Aufgừngaura, um den sich jetzt keiner so konkret kümmert, wenn er nach vorn geht. Und dann die Schalter. Jetzt müssen sie das Spiel schnell machen. Ja, das ist schwer gegen so ausgefuchste Bundesliga-Profis. Der Pass von Diesson überdeutlich signalisiert. Kein Problem für die Bayern. Matti Bayerlorze. Hans Kügler. Hans Kügler. Hans Kügler. Die Bayern schieben sich ungehindert den Ball zu, die Schalker müssten doch jetzt konsequenter mal einsteigen. Stichler probiert dies, der kleine Olaf Thun, da drüben mit der 10, gestern ist er 18 Jahre alt geworden. Aber richtiges Vorchecking ist das nicht. Probe mit einem Weitschuss, kein Problem für Walter Junghaus. 25 Jahre ist er inzwischen alt, hat ja früher als Nachfolger von Sepp Mayer beim FC Bayern im Tor gespielt. Und Foulspiel von Matti. Zweiter Eckball für Schalke 04 nach dieser gelungenen Aktion von Michael Opitz. Schalke in dieser Phase ein bisschen zu zögernd, stört nicht früh genug, wenn der FC Bayern angreift. Thomas Kruse, Thomas Kruse, Thomas Kruse, Hans Klaus Täuber, der schießt aus allen Lagen, er ist sicher der gefährlichste Angreifer bei Schalke 04. Vielleicht können wir das jetzt nochmal sehen, dass der FC Bayern in Ruhe aufbaut. Abramczyk, Augenthaler Ton versucht jetzt zu stören. Aber so richtig konkret angreifen tut eigentlich keiner, da müsste man die Bayern ein bisschen mehr stören. Der Gegenzug. Schalke bleibt mit 4, 5 Mann hinten, damit kann man natürlich in der Offensive gegen den FC Bayern nichts machen, zumal nach einem 0 zu 1 Rückstand, da müssten die Schalker schon ein bisschen offensiver werden, mehr riskieren. Stichler. Der Gegenzug über Larbi. Schöner Pass auf Matti. Michael Rummig in der Mitte noch immer Matti. Doppelpass mit Matti und das 2 zu 0. Sehr schön herausgespielt von den beiden Jungen im Team des FC Bayern. Reinhold Matti, der sich von Spiel zu Spiel verbessert, im Doppelpass mit Michael Rummenig. Das 2 zu 0, 12 Minuten sind in Gelsenkirchen gespielt. Noch einmal in der Zeitlupe diese schöne Aktion. Matti selbstbewusst Doppelpass mit Michael Rummenig und durch die Beine von Walter Jungmanns. Rudolatek, der jetzt ruhiger wirkt. Mit 2 zu 0, da lässt sich schon anständig leben in einem Halbfinalspiel im Pokal. Bin gespannt, ob Trainer Dieter Imferner auf diesen Rückstand reagiert. Die Alternativen sind nicht allzu groß auf der Schalker Bank dies vorweg. Foul von Nachtweiern, Klaus Täuber. Wer wird schießen? Täuber. Oder Dirksen. Täuber schießt. Schipper, der groß gewachsene G-Mick in den Strafraum. Und Thomas Kruse. Der 1 zu 2 Anschluss-Treffer durch Thomas Kruse. Ich weiß nicht, ob wir ein ähnlich spannendes Spiel erleben werden, wie gestern bei Gladbach gegen Werder. Die Wiederholung. Der Freistoß von Täuber. Dann steht Kruse völlig frei. Keine Chance für Jean-Marie Pfaff, der Anschluss-Treffer. Und das ist Dieter Imferner, der 42-jährige Trainer von Schalke 04. Und jetzt machen sich die 72.000 Zuschauer erstmals lautstark bemerkbar. Nach diesem für Sie doch ziemlich schockierenden Auftakt. Matthias Schipper. Bernhard Dietz mit 36 Jahren noch immer dabei. Und einer der nettesten, der angenehmsten Profis im Bundesliga-Geschäft. Kruse, schöner Flankenwechsel. Da drücken Sie alle mit auf. Dietz als Einziger noch in der eigenen Hälfte. So muss man das machen, wenn man einen Rückstand aufholen will. Und die Flanke von Stichler. Ja, dieser Pass von Bayer-Lautzer zu lang für Hans Klügler. Thomas Kruse geht hier kein Risiko ein. Dietz, Abramczyk, wieder Bernhard Dietz. Volker Abramczyk zu Opitz. Thomas Kruse. Ja, die Schalker verteilen jetzt ganz gut. Jetzt müsste der Ball nach vorn gehen, in die Spitze. Diersen. Ja und Olaf Thun. Die Schalker verteilen jetzt ganz gut. Ich weiß nicht, ob das das Spiel ist, was Udo Lattec gern sehen möchte. Schalke. Auf diese Art haben die Bayern in Bremen zumindest einen Punkt verschenkt. Als sie nach 0 zu 2 auf 2 zu 2 aufholten und dann versäumten weiter anzugreifen. Und auch gegen Schalke kann das gefährlich sein. Diese Mannschaft wird kämpfen um jeden Preis. Eine Untugend der Bayern, die Udo Lattec seinem Vorgängerpaal Czernay ankreidet und die er der Mannschaft noch nicht so richtig hat austreiben können. Vielleicht macht die Schalke 04 dies zu nutzen. Schipper. Ja, schöner Schuss von Michael Opitz. Das ist der 21-Jährige, an dem sein Trainer seine Deckungstreue und seine Einsatzfreude schätzt. Ein wertvoller Mann für Schalke. Da kommt dieser Schuss von Opitz in der Zeitlupe. Und wieder der FC Bayern. So, jetzt letzter Mann, Augenthaler. Ich weiß nicht, ob Sie die Pfiffe hören können. Den Zuschauern gefällt das nicht, was der FC Bayern momentan bietet. Beierlorzer unterwegs, wieder zurück. Jetzt der nächste Rückpass auf Lerbi. Dann wird es wohl quer gehen zu Augenthaler. Wieder der Rückpass. Vielleicht sollten die Schalke einfach mal energischer stören. Matti. Ja, er versucht es alleine. Reinhold Matti, der, wie gesagt, selbstbewusster geworden ist, nach seinen letzten guten Spielen. Und der beim FC Bayern die Lücke schließen soll, die Karl-Heinz Rummenigge mit seinem Wechsel nach Italien hinterlässt. Die ist ein Pass auf Olaf Thorn. Schön macht er das. Und der Ausgleich. Und der Ausgleich. Sehr schöner Pass von Diersen. Und noch schöner, wie der junge Olaf Thorn in der 19. Minute den Ausgleich hat. Wunderbar, butterweich nimmt er diesen Ball an, überlistet die Bayernabwehr und lässt auch Torwart Jean-Marie Pfaff keine Chance. Noch einmal der Pass. Augenthaler. Und dann Thorn. Keine Chance für Jean-Marie Pfaff. Gestern ist dieser Olaf Thorn 18 Jahre alt geworden. 14 Tore hat er in der Bundesliga bereits für Schalke erzielt. Und wenn er auf dem Teppich bleibt, das sagen viele, die ihn besser kennen als ich, als sie, dann hat er die Chance endlich mal wieder ein Großer zu werden. Ein Schalker Eigengewächs. Der Ausgleich also durch Olaf Thorn. Und Michael Rummenigge. Das 3 zu 2. Udo Latzek, wir unterhielten uns vor dem Spiel. Er sagte, ein solches Pokalspiel wie gestern hat er noch nie gesehen. Vielleicht wird er heute an sein eigenes denken. Michael Rummenigge. 3 zu 2. 1. 1. 1. 3. 4. 3. 3. 4. 5. Michael Rummenigge, Karl-Heinz, korrekte Abwehr von Michael Jakobs und Dieter Entferner. Man sieht ihm die Anspannung an 0 zu 2 zurückgelegen und dann 2 zu 2 ausgelegen und kommt danach die kalte Dusche. Lerby, der heute sehr häufig auf rechts ausweicht, der Mann mit dem starken linken Fuß. Bayer-Lorzer, Foulspiel von Thun, Pfeif da, Schiedsrichter Wiesel, wo man sich kaum vorstellen kann, dass der kleine Olaf Thun einen so langen Kerl wie Bayer-Lorzer von den Beinen holen kann. Er hat es aber offensichtlich getan. Freistoß FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, Lerby, Nachtwey wird den Ball wohl stoppen und Lerby schießen. Schöner Flachschuss von Sören Lerby, eine gute Parade von Walter Junghuis. Diese Freistoßvariante haben sich die Fußballspieler bei den Hockeyspielern abgeschaut. Kruse, Bernhard Dietz, der heute noch kein Risiko eingegangen ist, hinten bleibt. Wieder Dietz. Thomas Kruse, sehr offensiv auf dem rechten Flügel, aber sauber gebremst von Flügel. Rommenigge gegen Jakobs. Klaus Augenthaler, mit der Brechstange probiert er es, aber Bernd Diesen stand dazwischen. Ball im Haus, der FC Bayern ein bisschen nervös, jetzt nachdem Schalke doch sehr viel besser ins Spiel gekommen ist. Und ein Wurf für die Gastgeber. Diersen. Noch immer, Täuber, der sich weit zurückhängen lässt, sich die Bälle von hinten holt. Täuber und Augenthaler dazwischen. Der Gegenzug, vier gegen vier, wenn die Bayern jetzt gehen würden. Nachtwey, aber jetzt ist es zu spät. Schalke ist aufgerückt, das war eine gute Möglichkeit, vier gegen vier. Norbert Nachtwey verschändelte diese Chance. Nach zwei. Abgefälscht von Dietz und Ecke für den FC Bayern. Reinhold Matti und erneut Eckball. Karl-Heinz Rummenigge wird wohl auch diesen zweiten Eckstoß ausführen. Michael Jakobs, diesmal bei dem kleineren Rummenigge, bei Michael, der sich jetzt gelöst hat. Rummenigge gegen Stichler und Eckball, Nummer drei. Rummenigge gegen Stichler und der Flanke gegen Stichler und der Flanke gegen Stichler. Technisch den Bayern sicher unterlegen, aber was man mit Kampf alles machen kann, das haben die ersten 20 Minuten gezeigt. 20 Minuten mit fünf Toren, ein Pokalspiel, ein Verlauf, wie man ihn sich sicher nicht erwarten konnte. Thomas Kruse, Foul von Thun an Bayer-Lorze. Freistoß direkt ausgeführt. Lerby verliert den Ball. Diersen im Foulspiel, das gibt die erste gelbe Karte in dieser Begegnung. Die erste für Sören Lerby, damit hat er Glück, die Wiederholung, denn er ist in dieser laufenden Pokalserie noch nicht verwarnt, im Gegensatz zu sechs anderen Mannschaftskameraden. Bei Schalke sind es fünf, die bereits eine gelbe Karte im Pokalwettbewerb erhalten haben. Freistoß durch Diersen. Ja, die Bayern geht sehr massiert in der Abwehr. Ich glaube, die beiden Gegentore haben ihn doch einen leichten Schock versetzt. Das hätten sie nicht erwartet. So gut, so konsequent, hatten sich Schalke nicht vorgestellt. Jetzt also wohl kein Risiko mehr in der Bayern-Abwehr, denn allen Toren ging grober Abwehrschnitzer voraus. Und ein Vollspiel von Bayer Lorz. An Olaf Thun. Die beiden behakeln sich da ganz ordentlich. Ich denke, dass der Schiedsrichter demnächst beide mal ermahnen wird. Und Freistoß für Schalke 04. In der Spitze Abramczyk, in der Spitze der lange Stichler. Schipper rückt auf. Hier ist ein schöner Heber. Aber Augenthal hat aufgepasst. Matti. Michael Opitz gewinnt dieses Duell. Schalke gefällt mir jetzt sehr viel besser in den Zweikämpfen. Und der Gegenzug. Matti, Rummenigge, rechts läuft Michael, mitten auch immer Matti. Dürrenberger. Und abseits zeigt der Linienrichter an. Schiedsrichter lässt weiterspielen. Da weist sein Kollege darauf hin, dass dort noch zwei Schalker standen. Und Weitschuss-Lerbi. Korrekte Entscheidung des Schiedsrichters, auf die Zeichen seines Linienrichters nicht zu reagieren. Da standen deutlich noch zwei Schalker Spieler hinter den Bayern. Missverständnis zwischen Abramczyk und Kuse. Das wird wohl zumindest eine Ermahnung geben. Schiedsrichter Wiesel macht bisher einen guten Eindruck. Bayer Lorzer. Ja, den konnte Pflügler nicht kriegen. Dieses Abspiel, das ungenau getimt war, zu hart gespielt war. Und Schalke über Diersen. Der sehr häufig am Ball ist. Sie suchen ihn als Anspielstation. Wieder Diersen. Täuber. Gegen Nachtwey. Michael Jacobs. Schalker müssen das Spiel jetzt ein bisschen in die Breite ziehen, weil es in der Mitte zu eng wird. Täuber. Korrekte Abwehr. Korrekte Abwehr von Klaus Augenthaler. Deutlich zu erkennen. Auch keine Proteste der Schalker. Und da ist Klaus Augenthaler schon wieder. Der sich sehr oft in den Angriff mit einschaltet. Nach vorn geht. Larbi. Schlechter Pass. Da sollte Karl-Heinz Rummenigge erreichen. Die Schalker nun dazwischen. Tor in der Mitte. Ja, viele Hunde sind das Hasen tot. Zwei Schalker gegen acht Bayern. Michael Rummenigge sehr schön hat er sich da freigestohlen. Ein schöner Zeitfallrückzieher. Aber gut einen Meter. Zu hoch und am Tor vorbei. Die Schalker. Amen. Wolfgang Grobe, Lerby, der sich sehr weit zurückhängen lässt momentan. Raugenthaler sucht einen Anspielpartner, deutet das auch an. Die Bayern müssten sich jetzt ein bisschen mehr anbieten. Das Spiel ohne Ball nicht überzeugend und Schalke energisch dazwischen. Kruse, der mir gut gefällt. Abramczyk, Schiedtritt, der lässt das Spiel weiterlaufen. Noch immer klug den Vorteil gesehen, auch wenn der Einsatz hart war. Und dann Klaus Augenthal. Ein bisschen diesig, das hat hier kurz vor dem Spiel genieselt. Es schnieselt immer noch ein wenig, glaube ich, soweit ich das erkennen kann von hier. Sie sehen es auch an den Regenschauen. Also nicht die idealen Bedingungen, wie wir sie gestern Abend hatten bei Gladbach gegen Werder Bremen. Aber immerhin noch sehr ordentliche Bedingungen. Also am Wetter, am Platz kann es nicht gelegen haben. Dies darf keine Ausrede sein für eine der beiden Mannschaften. Jakobs, Michael Rummenigge und Foulspiel, pfeift da der Schiedsrichter. Foul von Flügler. Anstichler und Freistoß, den Thomas Kruse wohl ausführen wird. Diersen bietet sich mit an. Täuber steht dabei. Vielleicht stiehlt sich Kruse da rechts an der Mauer vorbei. Da kann man ihn sehen, rechts mit der Nummer zwei. Auf diese Art und Weise hat Karl-Heinz Förster in München ein Tor gemacht. Und Täuber. Die Schalker werden gefährlicher im Angriff. Noch einmal Täuber und Abseits. Ton stand im Abseits, ich glaube, Abramschik auch noch. Der Regen wird jetzt dichter. Vorhin war es nur ein bisschen Nieselregen. Jetzt regnet es doch sehr zünftig hier in Schalke. Und Abstoß von Jean-Marie Traf. Bernhard Dietz ging in diesen Pass von Bayer-Lauter hinein. Baut mit auf Ton. Wieder Dietz zum ersten Mal deutlich in der Hälfte des FC Bayern. Und jetzt tritt er den Rückweg an. Täuber. Dietz mit vorbildlichem Einsatz. Sauberes Tackling von ihm. Täuber. Jean-Marie Pfaff. Und jetzt hat er eine gefährliche Situation nach einem Missverständnis in der Bayern-Abwehr. Und Diersen wäre da bald noch zum Schuss gekommen. Dietz. Die Flanke nach innen. Dabei hindern sich Bayer-Lorzer und Pfaff gegenseitig. Und dann doch noch Glück für die Münchner. Karl-Heinz Rummenigge. Die Attacke war nicht ganz sauber. Nein, er hat versucht, den Ball zu spielen. Hat ihn aber nicht getroffen. Thomas Kiese. Er protestiert auch gar nicht. Zuschauer, zumal Anhänger von Schalke, dürfen das sicher gelegentlich ein bisschen anders sehen. Die Realität war aber wahr, dass Rummenigge unfair vom Ball getrennt wurde. Der Schiedsrichter macht das sehr souverän, ohne große theatralische Gesten bisher. Aber das Spiel war wohl auch relativ einfach zu führen. Also Freistoß, die Entfernung zum Tor, 22 Meter circa. Da stehen drei, vier Bayern. Rummenigge. Da wird Grobe wohl stoppen und Augenthaler schießen. Klaus Augenthaler in der Mauer hängen geblieben. Und ein Befreiungsschlag. Ballverlust von Nachtwey und der Gegenzug. Jetzt müssen sie schneller nach vorn kommen. Abramschig. Gutes Stellungsspiel von Augenthaler. Diersen. Dürrenberger gegen ihn. Ein Wurf durch. Thomas Kruse und Foul von Bernd Dürrenberger. Der reklamiert, dass er am Trikot festgehalten worden. Aber keine Diskussion, das war ein klares Foul von Dürrenberger gegen Volker Abramschig. Dürrenberger muss vorsichtig sein, er hat also bereits eine gelbe Karte im laufenden Pokal. Thun, sehr schön angenommen. Wunderbar, wie Thun diesen Ball annimmt, direkt schießt. Er gefällt mir ganz hervorragend, der kleine Olaf Thun. Und technisch sehr stark, mit einem guten Blick für die Situation. Da stoppt er den Ball, zieht sofort ab. Und wenn er besser gezielt hätte, dann wäre Jean-Marie Fafoul ohne Chance gewesen. Aufmundeter Applaus, der 72.000 für den Torwart, den sie nicht immer gemocht haben. Inzwischen aber ist Walter Junghans im Herauslaufen wohl besser geworden. Es fehlt jetzt so ein bisschen die große Offensive von Schalke. Damit Stimmung aufkommt, damit das Spiel wieder offener wird. Man müsste den direkteren Weg zum Tor suchen. Stichler könnte das jetzt tun. Jakobs und Foul von Lerbi. Der Einsatz der Bayern wird jetzt zusehends härter. Lerbi von hinten in die Beine hinein. Diese Art von Fouls sind besonders unangenehm, weil der getroffene Spieler keine Chance hat zu reagieren. Er sieht den Gegnern nicht kommen. Und Freistoß durch Täuber. Ich glaube, Grobe hat diesen Ball zur dritten Ecke für Schalke 04 abgelenkt. Der FC Schalke jetzt mit leichten Spielvorteilen in dieser Phase. So circa fünf Minuten vor der Pause. Aber noch immer führt Bayern mit 3 zu 2. Und Schalke muss den Anschlusstreffer erzielen, muss den Ausgleich erzielen. Täuber und Reinhold Matti dahinten ausholfen. Einbruch Kuse. Verlängert von Täuber. Und Dürrenberger. Ja, die Bayernabwehr jetzt doch ordentlich unter Druck. Und Dürrenberger. Dürrenberger. Der Michael Rummenigge. Nachtwey. Ja. Gefährlicher Kopfball war das von Hans Klüger. Der Ball schien in der Luft zu stehen, nach dieser Flanke von Norbert Nachtwey. Der kam langsamer, als Jungs erwartet hatte. Und deshalb musste er erst im letzten Augenblick reagieren. Los zum Düreren. Der Ball schien in der Luft. Der Ball im Auf Dürrenberger. props. Gefährlich der Schalker Täuber gegen Bayer Lortzer und an die Latte. Der FC Bayern hat jetzt in dieser Schlussphase der ersten Halbzeit ein bisschen Glück. Schöne Aktion von Ton vorhin, diesmal der Lattenschuss von Täuber. Es hätte gut und gern jetzt drei beide stehen können und der FC Bayern hätte keinen Grund gehabt, sich zu beklagen. Schalke gefällt mir jetzt wesentlich besser. Die Mannschaft wirkt aggressiver, sucht den direkten Weg zum Tor. Drei Minuten ungefähr noch zu spielen. Klaus Augenthaler, Bayer Lortzer. Dürrenberger übernimmt. Dürrenberger zu Augenthaler, die Bayern müssen neu aufbauen. In der Spitze niemand frei. Matti geht jetzt nach außen, aber zu durchsichtig diese Aktion und der Gegenzug der Schalke. Abramczyk, Volker Abramczyk, Thomas Kruse. Teuber am linken Flügel, schön wie er sich zurückzieht, immer anspielbar ist. Gefällt mir sehr gut. Anderthalb Minuten bleiben Schalke jetzt noch aus dem 2 zu 3, einen unentschieden zu machen bis zur Pause. Olaf Thun, schön wie er sich da durchsetzt. An der gesamten Abwehr vorbei, aber dann steht in der Mitte niemand. Auch der junge Ton gefällt mir sehr gut. Nach anfänglichem Respekt vor den Bayern immer selbstbewusster. Technisch sehr stark, mit gutem Auge für die Situation. Und dafür passen gleich zwei Schalke. In der Tabellenzweite der Bundesliga gegen den Tabellenzweiten der zweiten Liga nach zwölf Minuten so klar mit 2 zu 0 führt, wie dies der FC Bayern getan hat, dann hätte man dies sogar für eine Vorentscheidung halten dürfen. Inzwischen also nur noch 2 zu 3 für den Favoriten aus München. Und der FC Schalke gefällt mir immer besser, kommt besser ins Spiel. Und ich glaube nicht, dass hier das letzte Wort bereits gesprochen ist. Diese Begegnung bleibt offen, zumindest für die nächsten 15, 20 Minuten. Denn Schalke wirkt auch kräftemäßig noch sehr stark. Die Mannschaft hat ja oft in Zweitligaspielen abgebaut. Momentan aber wirkt sie sehr stark. Auch sehr clever in solchen Situationen, wenn sie die Abseitsfalle stellt und der FC Bayern tappt hinein. 45 Minuten sind gespielt. Schiedsrichter Wiesel schaut auf die Uhr, er wird jede Sekunde abpfeifen. Und das, was wir hier gesehen haben, hat uns gut gefallen, muss ich sagen. Ein sehr abwechslungsreiches, ein spannendes Spiel mit einem Foul an Nachtwey. Und ich glaube, der Schiedsrichter lässt diesen Freistoß gar nicht mehr ausführen. Also 2 zu 3, Tourpause. Schalke gegen den FC Bayern und wir freuen uns auf die zweiten 45 Minuten. Anstoß zur zweiten Halbzeit durch Schalke 04. Beide Trainer vertrauen den elf Spielern jeweils, die die ersten 45 Minuten bestritten haben. Wer also wird der Endspielgegner von Borussia Mönchengladbach? Der Favorit der FC Bayern, der mit 3 zu 2 führt. Oder die 2. Liga-Mannschaft aus Gelsenkirchen. 10.000 Mark Prämie pro Kopf erhalten die Schalker für den Einzug ins Finale. Die Bayern machen es da doch sehr viel preiswerter, 5.000 Mark. Aber immerhin 5.000 Mark Prämie. Das ist schon ein ganz stolzer Batzen. Bayer-Lorzer. Ja, jetzt greift keiner an. Dietz. Jakobs vor Rummenigge. Ja. Saubere Attacke von Karl-Heinz Rummenigge. Bayer-Lorzer. Und schlechte Flanke. Olaf Thun. Täuber gegen Nachtwey. Wieder Ton. Ja, und da hätte er auch nach rechts spielen können. Kuse war da mitgegangen. Und der Gegenzug über Reinhold Matten. Das sind diese Fouls, von denen ich auch in der ersten Halbzeit schon einmal sprach. Wenn der Stürmer von hinten angegangen wird, keine Chance hat zu reagieren, weil er den Mann nicht kommen sieht. Und diese Schläge in die Füße, die tun sehr weh, sind gefährlich und Freistoß für den FC Bayern, den Karl-Heinz Rummenigge ausführen wird. Und die Junghans dirigiert die Abwehr, aber niemand in der Mitte. Grobe, Lerbi. Und sehr geschickt die Abseitsfalle des FC Bayern. Und der Stürmer. Der Regen ist stärker geworden. Lerbi auf Reinhold Matti und Bernhard Dietz. Schwer zu kontrollieren, der Ball auf dem rutschigen Rasen. Da wird Opitz behandelt. Schipper. Da ist niemand auf der Außenposition. Volker Abramschik setzt nach. Dürrenberger. Grobe. Wieder Bernd Dürrenberger. Guter, korrekter Einsatz von Bernhard Dietz. Täuber. Dürren auf dem rechten Flügel. Die Schalker müssten das jetzt ein bisschen schneller machen. Und in der Mitte Olaf Thun. Und Augenthaler, der am Ball vorbeischlägt. Thun. Ja, und da war der kleine Thun wohl doch ein bisschen überfordert gegen diesen Routinier Jean-Marie Pfaff. Da hier noch einmal andeutet mit einer Gäste. Das war kein Foul. Auf Thun. Hatte wohl nicht den richtigen Stand auf diesem inzwischen doch sehr rutschigen Rasen. Und der schnelle Gegenzug. Und der schnelle Gegenzug. Sören Lerby. Bernhard Dietz. Die Feuerwehr, der überall zu finden ist. Der sich immer auf den freien gegnerischen Mann konzentriert. Und der macht das sehr gut, der 36-Jährige. Ja, und schlägt der Pass von Klaus Augenthaler. Das ist nicht allein auf den Ball und auf den rutschigen Rasen zurückzuführen. Das sind sicher konzentrations- und technische Mängel. Und der FC Schalke über Bernd Diersen. Kuse. Ja, und Weitschüsse sind kein schlechtes Rezept. Schipper hat das hier probiert. Obitz. Auf Kuse. Abramczyk. Der hier von Wolfgang Grobe gefoult wird. Volker Abramczyk, der in seinen Bewegungen doch sehr stark seinem Bruder ähnelt. Rüdiger Abramczyk, der bei dem 1. FC Nürnberg unter Vertrag steht. Und Thun. Auch der Heber gut gemacht. Technisch sehr stark, Olaf Thun. Momentan allerdings das Spiel ein bisschen zerfahren. Wenig Fluss auf beiden Seiten. Dieter Entferner, der Anweisung gibt, der versucht, das Schalker Spiel zu ordnen. Und der FC Bayern. Verunglückte Rückgabe. Bayern im Ballbesitz, Nachtwey, der kann gefährlich schießen, nur momentan, da tut das nicht. Neun Minuten sind in dieser zweiten Halbzeit gespielt, beide Mannschaften versuchen weiterhin ihren Rhythmus zu finden, die Klasse, die Dramatik der ersten Halbzeit momentan nicht vorhanden, wir hoffen, dass das besser wird. Der FC Bayern mit seinem Sicherheitsspiel und Schalke mit dem Versuch, den Ausgleich zu erzielen, gelegentlich zu überhastet. Der nächste Versuch also über Klaus Theuber. Rupitz, abseits von Olaf Thon, angezeigt von Minenrichtern und sofort erkannt von Schiedsrichter Wiesel. Norbert Nachtwey, 21 Spieler in der Hälfte von Schalke 04. Karl-Heinz Rummenigge, Nachtwey, sehr schöner Schuss an den Außenposten, an den Pfosten, und Ball mit Außenriss geschossen. Entfernung gut und gern 25 Meter. Norbert Nachtwey, der links und rechts gleich stark schießt, diesmal gesehen ist mit dem Außenspann sehr schön angeschnittener Ball. Und an den Außenposten. Erster Höhepunkt der zweiten Halbzeit. Kleine Range leider zwischen Matti und Theuber, der am linken Fuß getroffen wurde. Und gelbe Karte, Reinhold Matti. Und sollte der FC Bayern das Endspiel erreichen, dann wird Matti fehlen. Bereits einmal verwarnt im laufenden Pokal und dies also fehlen die zweite gelbe Karte. Damit muss Reinhold Matti im Endspiel zuschauen. Schönes Direktspielton, da hätte er den Ball vielleicht... Oh! Gefährliche Rückgabe. Gefährliche Rückgabe von Bayer Lorzer. Das, was dort passiert ist im Strafraum, das war sicher keine Absicht. Stichler versuchte diese Rückgabe, diese missglückte Rückgabe zu erreichen. Da müssen sich die Bayern vielleicht auch ein bisschen selbst an die eigene Nase fassen. Ton. Dann Bayer Lorzer mit dieser schwachen Rückgabe. Und Stichler, der hineingrätscht und dann natürlich nicht mehr bremsen kann. Das kann man eben nicht zum Vorwurf machen. Der Rasen, sehr rutschig. Ich glaube, auf der Gegenseite, da hätten die Bayern nicht mehr gebremst. Wir haben ähnliche Situationen beim FC Bayern in Bundesligaspielen in Erinnerung. Natürlich keine Absicht, aber bedauerlich, dass Jean-Marie Pfaff hier verletzt wurde. Dr. Müller-Wohlfahrt links bei ihm, der Mannschaftsarzt des FC Bayern. Am Oberschenkel getroffen, links. Aber, und das scheint mir wohl sicher, Pfaff wird weiterspielen. Gelbe Karte. Gegen Diersen. Gegen Stichler. Pardon. Und Udo Latek. Ich weiß nicht, ich glaube, Stichler Absicht zu unterstellen, geht mir einen Schritt zu weit. Das war Einsatz im Kampf mit dem Ball. Rummenigge gegen Jakobs, das Dauerduell. Wieder Karl-Heinz Rummenigge, der sich häufig weit zurückfallen lässt. Ja, und Flügler war das. Eine sehr scharfe Flanke, die Flügler nicht mehr unter Kontrolle bringen konnte. Nur ablenken und keine Gefahr für Jungmanns. Jun Dios. ног ob an die Flügler nicht mehr untertiteln. uros Lot. Na,마ro. Wir sind die Flügler nicht mehr untertiteln. Schönen Sie sich nach unten auf. Nei Curse. - wundere Fpletion. Wir sind die Flanke. Wir sind die Flanke. Die 60. Minute läuft. Wir sehen Reinhold Matti, der am rechten Knie behandelt werden muss. Gleichzeitig macht sich auch unten der Schalker Klute Simon warm. Ein Offensivmann. Ich bin gespannt, wen der Trainer Dieter Entferner aus der Mannschaft bei Schalke nehmen wird. Denn Schalke muss jetzt offensiver werden, da gut eine Stunde gespielt sind. Und der FC Bayern, da haben wir Klute Simon. Der FC Bayern spielt den Ball ins Aus. Hilflos momentan, so wirkt das Spiel der Bayern. Matti, so signalisiert der Schiedsrichter, darf wieder auf den Platz und Schalke. Kuse. Täuber. Schipper. Und wer ist da? Olaf Thun. Olaf Thun mit seinem zweiten Treffer in diesem Spiel. Die 61. Minute. Schalke mögt hier gleich aus. Die Sensation, für mich zumindest, ist perfekt. Noch einmal der Pass von Täuber auf Schipper. Die Flanke nach innen. Der kleinste Mann erreicht diesen Kopfball. Erneut katastrophaler Abwehrfehler beim FC Bayern. Und das Pokalspiel Schalke 04 gegen der Gasthaus München ist wieder offen. Der Spielverlauf sensationell. Augenthaler. Jetzt müssen die Bayern kommen. Sören Lerby. Sören Lerby. Sören Lerby. Degelmann merkt den Trainern die Spannung an. Vier Runden lang haben sie Pokalspiele überstanden. Dann in einem Spiel. Da kann alles aus sein. Das ist eine unglaubliche Nervenbelastung. Und auch wenn die viel Geld verdienen, tauschen möchte ich nicht immer mit ihnen. Herr Bramczyk, Ton geht wieder mit, links Täuber. Drei gegen vier, noch immer Täuber. Und Bertram Bayerler zerreißt sich im letzten Augenblick. Ludo Lattec scheint die Welt nicht mehr zu verstehen. Vierter Eckball für Schalke. Sicher geglaubtes Spiel für die Bayern. Ludo Lattec wird in der Halbzeit noch einmal deutlich gemacht haben, dass man diese Zweitligamannschaft nicht mehr unterschätzen darf. Und dennoch erneut solche katastrophalen Abwehrfehler bei Bayern. Bernhard Dietz. Schipper. Matthias Schipper, drei, vier Meter am Tor vorbei. Applaus Ja, kommt es auf Kruse. Die Bayern schauen da doch ziemlich tatenlos zu. Wenn man englische Mannschaften im Pokal gesehen hat, dann weiß man, dass solche ungestörten Ballernamen dort undenkbar sind. Und die Verlagerung auf die Mitte. Und die Verlagerung auf die Mitte. Wo Pitz? Das ist das, was Muckbeier Lorz längst gemerkt hat. Eckball Nummer 5, 4 Schalke. Und deutliche Überlegenheit zu diesem Zeitpunkt für die Zweitligamannschaft. Eckball Täuber. weit nach außen gezogen auf Dietz Foul von Dietz gegen Karl-Heinz Rummenigge entscheidet der Schiedsrichter der Münchner Kapitän wird sich dieses Spiel sicher auch anders vorgestellt haben Dors Augenthaler nach vorn heißt dieses Zeichen nach vorn, wo sind die Anspielstationen die Spitzen und er verliert den Ball im Zweikampf Schalker immer stärker stören energisch Dürrenberger gleich zwei Mann bei ihm und die Schalker im Gegenteil Täuber links Ton viel Raum lässt die Bayerleutzer an Nord mit allen Tricks und Ösen gekämpft den Körper, die Arme eingesetzt so ganz hasenrein war das nicht aber sicher kein 11-Meter-Reife-Einsatz die beiden Rummenigges und Matti in der Spitze Michael Rummenigge völlig frei aber abseits abseits die Schalke haben Glück mit ihrer Abseitsfalle sie haben Glück Olaf Thoen sehen wir da rechts ins Bild kommen der gerade behandelt wurde am linken Oberschenkel auch eher leicht angeschlagen vielleicht die Spuren seines Zweikampfs mit Bayerleutzer die Sie in der Spitze die Spuren auf dem dünnen ein das ist der Ein Wurf für Schalke 04. Schalke macht das sehr geschickt, immer wieder bietet sich irgendwo im Raum ein freistehender Spieler an und der Gegenzug über Michael Rummenigge. Grobe, links Dürrenberger, Michael Rummenigge, Karl-Heinz, ja und da zieht er den Ball zu weit nach innen, eine recht ordentliche Chance für den Münchner Kapitän. Die Schalker wollen jetzt alles. Olaf Thun, Bernhard Dietz in der Spitze. Dietz so weit nach vorne orientiert, wie wir dies bisher nicht gesehen haben. Und dann dieser Ballverlust durch Giersen und der Gegenzug. Matti, Michael Rummenigge übernimmt, Flügler geht links mit und die Außenpositionen sind nach wie vor nicht besetzt. Alles massiert in der Mitte. Matti und Walter Junghans weiterspielen. Und dann signalisiert der Schiedsrichter nach diesem Zweikampf zwischen Rummenigge und Walter Junghans. Aris Kanterpass von Augenthaler. Dürrenberger kann schießen aus der Distanz. Dürrenberger馬, wenn er die Chance dran war, ist. Knapp 70 Minuten sind jetzt gespielt und der Bayern Angriff rollt. Über Rummenigge, über Matti, keine Resultatsveränderung, Sören Lerbi und Michael Rummenigge mit regelwidrigem Einsatz gegen Matthias Schüpper. Wenn es so bliebe bei diesem Ergebnis, dann gäbe es wie gestern eine Verlängerung. Zweimal 15 Minuten und bei Schalke 04, da deutet sich die erste Auswechslung an. Ubert Klute-Simon wird hereinkommen mit der Nummer 13. Täuber, Abramczyk. Abramczyk und Tor durch Peter Stichler. Tor durch Stichler, denn mal mit der Nummer 8. Erneut ein Kopfballtor und erneut gegen diesen Schalker Treffer ein grober Schnitzer der FC Bayern abwehrkommt. Niemand bei ihm, keine Chance für Jean-Marie Bach. 72 Minuten sind gespielt und die Sensation in Schalke scheint perfekt. Die Woche der Wahrheit hatte Udo Lattec gesagt. Da können 9 Monate Arbeit hinfällig werden. Man kann das Endspiel im Pokal verlieren und am Samstag dann geht's. Gegen den Hamburger SV nach Hamburg, da kann der FC Bayern innerhalb von 4 Tagen alles verspielen. Es geht Volker Abramczyk mit der Nummer 9 und für ihn kommt in der 73. Minute Flute-Simon. Die Sensation ist perfekt. 4 zu 3 führt Schalke nach einem fast aussichtlosen frühen Rückstand mit 0 zu 2. Zweimal holten die Schalker auf und gehen jetzt sogar in Führung. Und Walter Jungmanns, von dem man sagt, er habe sich im Herauslaufen verbessert, bisher in diesem Spiel ohne Schwächen. Dieter Hoeneß macht sich warm beim FC Bayern. Udo Lattec muss reagieren. Dieter Hoeneß, von dem zu lesen war, dass ihm sein Verein am vergangenen Donnerstag eine Kündigung geschickt hat, nachdem sich die Vertragsverhandlungen sehr lange hinschleppten. Man wollte den langen Mittelstürmer nicht mehr halten, war zu lesen. Beide Seiten der Verein und Dieter Hoeneß haben sich darauf geeinigt, stillschweigen zu bewahren gegenüber den Medien. Es wird also in dieser Woche mit Sicherheit neue, konkrete Gespräche geben. Bayerlorzer, Rummenigge und Walter Jungmanns. Probe. Dieter Hoeneß, auf den kleinen Olaf Thun, der weit mit zurückhängt, der überall hilft und der mir ganz ausgezeichnet gefällt. Nachtwein, 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 Klaus Augenthaler. Und hier um mich herum, da höre ich die Rufe, nicht flanken lassen, nicht flanken lassen. Denn die Schalke haben Angst, diesen Vorsprung noch einmal zu verspüren. Ecke für den FC Bayern, Eckball Nummer 4. Auch das Eckballverhältnis ist also ziemlich ausgeglichen, ganz anders als gestern zwischen Gladbach und Bayern. Gladbach und Werder, pardon. Gladbach und Werder. Lerby und der Neutwalder Jungmanns. Bernd Diersen, der jetzt seinen Augenblick warten muss. Dann links, Knute Simon, der neue Mann. Ach, schöner Pass nach hinten. Aber da spielt der rutzige Boden halt mit. Noch immer Schalke im Ballbesitz. Stichler-Muster ist aus dem Abseits heraus. Applaus 72.000 Zuschauer singen hier im Gelsenkirchener Parkstadion. Immer wieder, immer wieder Schalke 04. Stichler war das. Der Mann, der Mann, der das 4 zu 3 erzielte. Und der FC Bayern wechselte aus. Für Bernd Dürrenberger kommt als zusätzliche Spitze Dieter Hönnes. Da geht Bernd Dürrenberger heraus, der sicher nicht der schwächste war in der Bayern-Abwehr. Und der Trainer der Schalke, Dieter Entferner, der läuft hier am Spielfeldrand rum wie der Waldhofer Klaus Schlappner in seinen besten Zeiten. Die Nervenbelastung ist ungeheuer für beide Mannschaften, für die Trainer. Und wer selbst Fußball spielt, der weiß, dass in einer solchen Situation dann nicht mehr an Prämien gedacht wird. Da geht es zunächst mal um den Sieg und dann um die Prämien. Dann haben wir Dieter Entferner, der seinen Assistenten auf den Weg schickt, um ein paar Instruktionen vom Spielfeldrand an die Mannschaft zu geben. Und eine verunglückte Rückgabe von Dürsen, die zum fünften Eckball für den FC Bayern führt. Na, der Trainer bleibt an seinem angestammten Platz. Der Assistent hinter das Tor, um seine Anweisungen weiterzugeben. Und Eckball. Junghans, gute Faust, hat wer das gibt in Sicherheit. Probe, Klute Simon. Und Einwurf, korrektes Tackling. Linienrichter zeigt es an, der Schiedsrichter zeigt es an. Hubert, Klute, Simon, der von Allemannia Aachen zu Schalke kam. Und Einwurf. Probe. Auf Bayer Lorzer. Matti. Und sehr schön, wie Schalke da jetzt energisch, konsequent stört. Opitz. Und Ton. Das erste Mal, dass hier in Gelsenkirchen ein Rückpass bejubelt wird. Aber immerhin, man führt ja jetzt mit 4 zu 3. Sören Lerby. Michael Rummenigge. Und das 4 zu 4. Tja, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Ich weiß nicht, ob die Bayern damit gerechnet haben. Die Schalker wohl mit Sicherheit nicht. Michael Rummenigge. Sein zweites Tor in dieser Begegnung. 79 Minuten sind gespielt. Die Verlängerung droht. Es gibt so einen abgedroschenen Satz, den man sich gar nicht mehr in den Mund zu nehmen traut. Der heißt, das ist Pokal. Aber tatsächlich, hier stimmt es genauso wie gestern übrigens. Ruder Latteck. Noch immer nicht sehr zuversichtlich, aber zuversichtlicher als vorhin. Das ist im Winenspiel. Beider Trainer spricht Bände. Täuber. Blute Simon im Abseits. Die Schalker müssen warten. Und der FC Bayern dazwischen. Knapp 10 Minuten noch bis zum Ende der regulären Spielzeit. Bayern kommt über Matti, der sich den Ball zu weit vorsieht. Diersten gegen Robe. Noch immer Diersten. kuse schlägt da über den ball und der gegenzug michael rummenigel matti geht mit karl 1 rummenigel nach rechts da greift keiner an michael rummenigel macht es allein war der große bruder guckt recht ein bisschen sauer seiner war anspielbar hatte sich recht gut freigelaufen die parallelen zu gestern abend sind deutlich zum dramatischen spiel zwischen glattbach und werder und heute fast genau dasselbe spielverlauf acht tore bisher und knapp acht minuten sind noch zu spiel schalke im angriff über ton klute simon für den ist natürlich schwer ist sich jetzt hier in die mannschaft einzufinden die gut zusammen gespielt hat gut zusammen gekämpft hat und trainer ferner versucht ihm ein paar hilfen zu geben damit er nicht wie ein fremdkörper in der mannschaft wirkt reinhold matti rohlaft ton schön matti alleine und die terren ist und schießt er jetzt nicht jetzt hätte er schießen müssen er hat er zögert er zu lange gute möglichkeit für den fc bayern fall spiel von matti aber unbeabsichtigt aus der situation im kampf um den ball heraus entstanden stichler wurde da getroffen und freistoß für schalke michael jacobs rohlaft ton verliert diesen ball und der gegenzug über karl-heins rummenigge auch die macht der seifige boden probleme täuber müsste jetzt ein bisschen verzögern er ist mit ton allein in der spitze ja das hat keinen zweck das hat keinen zweck da muss man dann ein bisschen die übersicht bewahren schauen wo die mannschaftskameraden sind hans flügler jungans vor rummenigge der ihn glaube im rücken oder in der seite erwischt hat da werden natürlich erinnerungen wach an den zusammenprall zwischen rummenigge und dem vfb torwart rohleder aber ich glaube das hier das war keine absicht ich habe das ziemlich deutlich gesehen beide steigen nach dem ball bei rohleder sah die szene schon ein bisschen anders aus karl-heins rummenigge entschuldigt sich sofort und er ist glaube ich selbst auch angeschlagen da werden beide behandelt walter jungans und der münchner kapitän karl-heins rummenigge jungans kann weiterspielen während der vereinssatz dr müller wohlfahrt noch immer bei karl-heins rummenigge ist aber auch da wird es wohl gleich weitergehen ja also die beiden schütteln sich persönlich die hände ein zusammenfall aus der situation heraus entstanden und zwischen beiden vergessen fünf minuten sind noch zu spielen und wenn sich am gebnis nichts ändert dann werden wir wie gestern eine verlängerung sehen aber teuber im absatz Wolfgang grobe das war unnötig kuse musste da zum sechsten eckball für den fc bayern klären mit dem langen dieter höhnisch im sturmzentrum da sind die ecken für den fc bayern sicher effektiver gefährlicher wer deckt bieter hönnes matthias schipper steht bei ihm auch peter stichler beide über 1 80 groß und steig gut walter jungans gefällt mir ausgezeichnet ich habe ihn in den zweiten ligaspielen sehr viel schwächer gesehen oder wirklich beim herauslaufen große probleme hatte und faule von nachtwey an claus teuber freistoß ausgeführt teuber die ersten matthias auf dieter hönnes der nicht im abseits stand aber guter einsatz von bernhard die da hat der schiedsrichter da hat der schiedsrichter einen faul gesehen und ich muss sagen ich bin mir da nicht so sicher aber ich verstehe zunächst einmal die empörung von bernhard diez der hier ganz klar den ball spielt mit übergroßen einsatz aber korrekt gespielt die entscheidung das schiedsrichter das kann ich nicht teilen und freistoß für karl-heins rummenigge wollen wir hoffen dass sie aus diesem freistoß keinen nachteil für schalke ergibt das hat nichts mit parteilichkeit zu tun aber wenn der fc bayern hier ein tor schießt dann soll er es bitte korrekt erzielen für die entscheidung kann bayern natürlich nichts werner diez teuber gegen nachtwey noch immer teuber aber da lass noch ein bisschen die kräfte nach noch 90 sekunden und dann steht uns im pokal die verlängerung ins haus ein spiel das ähnlich wie gestern werder für den fc bayern schon gewonnen schien zweimal nach der 2 zu 0 und dann nach dem 3 zu 2 und das schalke mit unglaublichem einsatz noch einmal aus dem vorher gerissen hat zumindest bis zu diesem zeitpunkt allerdings halfen die bayern mit groben abwehr schnitzern ein kampf jetzt auf biegen und brechen beide mannschaft mit angst vor ballverlust um wenigstens jetzt die pause zur verlängerung zu erreichen denn ein treffer in den letzten sekunden das wäre das allerhärteste karl heinz rummenigel der ich gehe davon aus dass der schiedsrichter in wenigen sekunden abpfeift er schaut auf die uhr Wolf-Günter Wiesel aus Ottbergen bei Hildesheim der mir gut gefallen hat bis auf diese eine Entscheidung bei dem angeblichen Foul von Bernhard Dietz das Gott sei Dank keine Folgen hatte aber irren ist menschlich und auch Schiedsrichter dürfen irren man sieht, dass beide Mannschaften jetzt nichts mehr riskieren die Bayern greifen nicht an Schalke versucht zunächst einmal den Ball zu halten und dann doch jetzt noch einmal der Weg in die Spitze übertonen Täuber und Vollspiel von Täuber an nach 2 deutet der Schiedsrichter an es dürfte die letzte Aktion innerhalb der regulären Spielzeit sein und dann wird dieses Halbfinal zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern verlängert Hans Plügler gegen Dietz und Bernhard Dietz heute ohne Fehl und Tadel nachdem er am Sonntag beim 3 zu 3 gegen Karlsruhe nicht den allersichersten Eindruck hinterließ das Pokalendspiel bleibt also für Schalke 04 weiterhin erreichbar zum letzten Mal standen die knappen 72 im Finale der FC Bayern gewann 82 gegen den 1. FC Nürnberg vielleicht erinnern sie sich noch 4 zu 2 in der Verlängerung und unfairer Einsatz von Dieter Hoeneß Freistoß für Schalke es sind bereits fast 2 Minuten über die reguläre Zeit gespielt Klaus Augenthaler das ist riskant das hatte er nicht nötig denn Jean-Marie Pfaff stand völlig frei erneut ein Risikorenscher Querpass und das Publikum fordert den Abpfiff Flügler Lerbi Karl-Heinz Rummenigge und dann ist endgültig die reguläre Spielzeit abgepfiffen nach dramatischem Spielverlauf also ein 4 zu 4 zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern und die Begegnung muss 2 mal 15 Minuten verlängert werden unten am Spielfeld steht mein Kollege Rolf Töpperwien der versucht in der Halbzeit ein paar Eindrücke einzufangen ich habe einen schönen Dank dass Sie genau wie die Kollegen gestern beim Spiel Gladbach gegen Bremen Zeit haben in der Verlängerung kurz an unser Mikrofon zu kommen hätten Sie sich nach diesem packenden ersten Halbfinalspiel heute eine Wiederholung vorstellen können ich habe sie mir gewünscht denn wir mussten ja vor allen Dingen die Vereine unter dem Ruf der Spiele der Nationalmannschaft leiden und ich hoffe, dass wir heute dazu beitragen zusammen mit Bayern München und gestern auch Werder Bremen und Gladbach dazu beitragen, dass der Ruf des Fußballes vor allen Dingen des Bundesliga-Fußballs wieder besser wird Ich glaube, das ist diesem Pokal-Halbfinale bisher in jedem Fall gelungen Sie haben sehr frühzeitig deutlich 0 zu 2 zurückgelegen was geht Ihnen einem Trainer dann vor? Muss man so ein Spiel gegen eine routinierte Bundesliga-Mannschaft wie den FC Bayern da nicht abschreiben? Naja, es war aber auch sichtbar, dass die Bayern hinten in der Abwehr nicht so sattelfest waren deshalb brauchte ich das Spiel noch nicht abschreiben Die meisten Tore wurden per Kopfball erzielt Ist das eine Stärke Ihrer Mannschaft? Wird das im Training einstudiert? Oder war es eine Schwäche der bayerischen Innenverteidigung? Ja, gegen uns wurden leider auch Tore per Kopf erzielt Gott, wir haben gut gestanden Der Olaf Throne ist ein guter Kopfballspieler trotz seiner geringen Größe und der Peter Stichler auch Was haben Sie sich für die Verlängerung vorgenommen? Sie haben einmal ausgetauscht Clute Simon für Abramczyk Was können Sie Ihrer Mannschaft jetzt noch vermitteln? Ja, wir wollen versuchen, dass wir das Spiel hier entscheiden Entweder so oder so Danke, alles Gute Danke, alles Gute Der FC Bayern hat Anpfiff zur ersten Halbzeit der Verlängerung und beide Mannschaften haben noch einmal die Seiten gewechselt Ausgetauscht worden ist, soweit ich dies erkennen kann kein weiterer Spieler, obwohl die Möglichkeit dazu ja noch besteht Bei Schalke laufen sich zwei Mann warm Beim FC Bayern kann ich momentan Doch Wolfgang Kraus hinter dem Tor von Jean-Marie Pfaff läuft sich ebenfalls warm Möglichkeiten zu variieren sind also für beide Trainer noch vorhanden Klute Simon gegen Klaus Augenthaler Bei Bayern macht sich jetzt auch Kalle Delhaie warm Pflügler Noch immer Pflügler, Matti und Dieter Hoeneß in der Mitte Matti, das war die ganz, ganz große Chance für Reinholden Matti, vielleicht hier schon die Entscheidung zu erzielen Ihm rutscht der Ball über den Fuß Ich weiß nicht, ob solch eine große Möglichkeit noch einmal wiederkommt Abseits zeigt der Lienenrichter an, abseits von Olaf Thon und sofort gepfiffen Keine Diskussionen Wir machen jetzt wiederkommt Aber dann sind wir in der Mitte Ich weiß nicht, ob wir sie in der Mitte und wir haben in der Mitte Wir machen jetzt gleich ein paar Mal, ein paar Mal Ich bin der Mitte Ich bin der Mitte Matthias Schipper, Dietz, Täuber, der ein unglaubliches Laufpensum geleistet hat, sich die Bälle oft häufig hinten in der eigenen Hälfte holt. Und Sören Lerner wieder hier mit beiden Namen nachgeholfen hat. Freistoß für Schalke, das hier unbedingt auf Sieg spielen will, denn in München haben sie natürlich keine Chance. Sie rechnen sich zumindest keine Chance aus im Wiederholungsspiel. Also jetzt soll hier alles auf eine Karte gesetzt werden. Und Foul von Diersen an Dieter Hünnes. Das ist eine beschwichtigende Geste von beiden. Herr Lange-Dieter Hünnes nimmt solche Sachen, die nicht wehtun, wohl auch nicht so sehr tragisch. Das kommt vor im Profigeschäft. Lerby, ein Verzweiflungsschlag war das. Ich gehe davon aus, dass Bruder Lattec jetzt gesagt hat, ein bisschen mehr Sicherheit auf jeden Fall, denn wir haben die Möglichkeit des Rückspiels. Bruder Lattec ist ein schönes Direktspiel auf Jakobs. Jakobs und Jean-Marie Papp. Jean-Marie Papp mit einer riesen Rettungstat gegen Michael Jakobs, im Bewacher von Karl-Heinz Rummenigge. Sehr schön, wie sich der 24-Jährige da durchsetzt. Und Papp, der jetzt merkt, dass nur noch er die Situation bereinigen kann. Da wollte Karl-Heinz Rummenigge den Freistoß direkt ausführen. Matti stand rechts frei, aber der Schiedsrichter korrigiert völlig zu Recht den Abstand der Mauer, der viel zu nah steht. Lerby, gefährlicher Distanzschuss von Sören Lerby. Lerby, gefährlicher Distanzschuss von Sören Lerby. Klaus Täuber, Olaf Thun, der immer wieder schön von Bayerlor zerlöst. Dann wieder Täuber, während Klute Simon da in der Mitte doch ziemlich unbeweglich wirkt. Vorurteil, Torhüter bleibt am Ball. Hans Pflügler klärt da zum sechsten Eckball. Fischhalke 04. Pflügler hier zusammen mit Klute Simon. Und Jean-Marie Praf dirigiert jetzt die Abwehr, die ihn ein paar Mal im Stich gelassen hat. Und dann am Belgier, da hat es mit Sicherheit nicht gelegen, dass er vier Tore kassieren musste. Schön nach ihm gezogen. Und ah! Aber Ton 10 Zentimeter zu klein oder der Ball 10 Zentimeter zu hoch, ganz wie Sie wollen. Bayerlor zerlöst. Klaus Augenthaler. Dieter Hoeneß in der Spitze. Die Bayern wirken jetzt wirklich sehr vorsichtig. Das, was sie da probieren, das ist alles frei von großem Risiko. Dietz Fehler und Bayern im Ballbesitz über Karl-Heinz Rummenigge gegen Michael Jakobs. Und Klaus Teuber, der da hinten auswirft. So, die Hälfte der ersten Halbzeit in der Verlängerung ist gespielt. Zwei schöne Torszenen haben wir gesehen auf beiden Seiten. Ansonsten ein relativ vorsichtiges Spiel. Schalke mit vollem Einsatz weiterhin, denn wenn es eine Chance gibt, den FC Bayern zu bezwingen, dann nur zu Hause im Gelsenkirchener Parkstadion. Dietz! Matti. Bayern bleibt im Ballbesitz nach diesem Foul von Teubern. Matti. Könnis gegen Schipper. Das sah nicht doll aus, aber immerhin Dieter Hoeneß erzwingt damit einen Eckball. Siebter Eckstoß für den FC Bayern. Und von der rechten Seite, da schießt diese Belle Sören Lerbi mit dem linken Fuß. Er zieht sie vor das Tor. Karl-Heinz Rummenigge in der Nähe des kurzen Pfostens. Dieter Hoeneß kommt aus dem Rückraum, gedeckt von Schipper. Und Stichler heißt der Sieger. Matti. Bernhard Dietz gegen Matti. Ja, dieser Oldtimer Bernhard Dietz gefällt mir unheimlich gut heute. Achter Eckball. Ohne Fehl und Tadel Bernhard Dietz. 36 Jahre ist er alt. Er kam vom MSV Duisburg zu Schalke. Er war Kapitän der Nationalmannschaft. Eine Karriere, die hier wohl in Schalke zu Ende geht. Und Michael Rummenigge gibt den Eckball herein auf Flügler. Karl-Heinz Rummenigge war ein Tick zu spät. Das fing relativ harmlos an und war dann doch im Endeffekt eine ganz gute Chance für den FC Bayern. Schön dieses Direktspiel. Gut gedacht. Jetzt auch noch technische Kabinettstückchen bei Schalke. Klaus Augenthaler, der Libero. Gegen Bernhard Dietz, den anderen Libero. Und Dietz sofort mit nach vorn. Augenthaler fehlt momentan in der Abwehr. Klaus Augenthaler, Teuber, Dietz. Und Zusammenprall zwischen Teuber und Hans Flügler, glaube ich, war das. Die Zeitlupe und gelbe Karte für Klaus Teuber, die erste. Also sollte Schalke ins Endespiel kommen, dann kann er im Finale am 31. Mai in Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach dabei sein. Und da bitte Schalke ab. Norbert Nachtwey. Dieter Rönnes und Stichler klärt, der Mann, der Schalke mit 4 zu 3 in Führung gebracht hat. Bertram Bayer-Lorzer, Karl-Heinz Rummenigge, Jakobs erneut Sieger, der gefällt mir gut, der Michael Jakobs. Rummenigge, Matti, direktes Spiel. Und Klute Simon. Ton und weit und breit kann Bayer-Lorzer zu sehen. Ton lässt sich schön zurückhängen in der Mitte, ist immer anspielbar. Kruse. Noch immer Kruse. Schön gesehen, Klute Simon. Und das sah aus für viele, für uns aus dieser Perspektive auch beinahe wie ein Tor. Der Ball ging hinten an die Netzhalterung. Jean-Marie Pfaff. 104 Minuten sind gespielt. Noch immer 4 zu 4. Nach 2. Probefehler. Diersen. Applaus auf offener Szene für Schalke 04. Die erste Hälfte der Verlängerung müsste jeden Augenblick abgepfiffen werden. Und Rückpass. Der FC Bayern jetzt zunehmend mit Sicherheit Spiel, während Schalke nach wie vor alles probiert, den entscheidenden Treffer hier noch im heimischen Helsenkirchener Parkstadion zu erzielen. Denn in München beim eventuellen Rückspiel, da glaubt man sich chancenlos. Matthi. Ton. Dietz, Diersen, Dietz. Links Täuber. Ich weiß nicht, wer auf dem Platz mehr gelaufen ist als Täuber. Bernhard Dietz. Der war ja früher mal Stürmer, bevor er Defensivspieler wurde. So, wir befinden uns in der 16. Spielminute der Verlängerung, die eigentlich nur 15 Minuten haben durfte. Und dann ist die erste Halbzeit der Verlängerung vorbei, nach wie vor. Also keine Veränderung des Spielstandes. Und jetzt bleibt Arbeit für Masseur, für Trainer. Für die letzten 15 Minuten noch einmal alles vorzubereiten. Für die letzten 15 Minuten noch einmal alles vorzubereiten. Für die nächsten Mal. Für die nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Klaus Berge, Opitz mit Verdacht auf Innenbandschaden vom Platz und beim FC Bayern, da bleiben noch Möglichkeiten zum Wechseln. Kalle Delhaie und Kraus haben sich wieder hingesetzt, Wolfgang Kraus allerdings inzwischen schon ohne Trainingsjacke. Er wird wohl demnächst eingewechselt. Rummenigge, Michael Jakobs, Diersen. Von der Kraft her spricht diese Verlängerung eigentlich für den FC Bayern. Die Mannschaft aus der ersten Liga, der man sicher ein kräftemäßiges Plus zutrauen muss. Aber vielleicht kann Schalke das durch Kampfwett machen. Entschieden ist bis jetzt auf jeden Fall noch nichts. Reinhold Marti. Nach zwei, auf den muss Schalke aufpassen, wenn er schießt. Ja, und Bernhard Dietz bewahrt da souverän die Ruhe gegen Dieter Rennes. Schöner Pass, Dietz auf Täuber. Klaus Täuber gegen Nachtwey. Probiert es alleine. Noch immer Täuber. Weiterhin also schöne Szenen in Gelsenkirchen. Mit dem Ergebnis abgefunden hat sich noch keine der beiden Mannschaften. Kein Foul an Augenthaler. Karl-Heinz Rummenigge. Und Jakobs erneut schneller. Das ist der neue Mann, das ist Klaus Berge. 22 Jahre alt, ein Mittelfeldspieler. Der jetzt wohl mit in die Spitze gehen soll. Sehr schön macht er das. Sehr schön. Die Zuschauer hier stehen tot. Kruse. Berge am rechten Flügel. Das war wohl ein bisschen auch fehlende Kraft, fehlende Konzentration von Thomas Kruse, der ein gutes Spiel gemacht hat und der Gegenzug über Michael Rummenigge. Aber hier sind vier Bayern gegen sechs Schalker. Da kann eigentlich nichts passieren. Klaus Berge gegen Flügel. Von Bayern Flügel. Flanke mit dem linken Fuß und Blüte Simon. Hubert Blüte Simon verpasst die große Möglichkeit, Schalke ins Finale des Pokals zu schießen. Schöne Flanke nach dieser Aktion von Klaus Berge. Jetzt wechselt der FC Bayern aus. Wolfgang Grobe geht und für ihn kommt Wolfgang Kraus. 30 Jahre ist er alt, seine letzte Saison für den FC Bayern. Er geht dann zum Abschluss seiner Karriere nach Zürich. Und sein großer Traum ist es, in Frankfurt beim Endspiel, in seiner Heimatstadt, also für den FC Bayern, noch einmal dabei zu sein. Mal sehen, ob Wolfgang Kraus sich vielleicht selbst diesen Traum erfüllt. Möglich ist alles. Möglich ist ein Schalker Sieg. Möglich aber auch der Sieg für den FC Bayern. Kraus ist zum ersten Mal am Ball. Faul an Michael Rummenigge. Das Kontingent an Auswechselspielern im Feld, haben also beide Trainer ausgeschöpft. Dieter Hoeneß steigt am höchsten. Fehler, Fehler von Walter Junghans. Und das ist die Entscheidung. Das darf nicht wahr sein, meine Damen und Herren. Walter Junghans liegt völlig zerstört am Boden. Der Mann, der hier ohne Fehl und Tadel gehalten hat. Und Dieter Hoeneß nutzt diesen Fehler. Sicher keine riskante Rückgabe von Bernhard Dietz. Wir werden das jetzt sehen nach diesem Freistoß von Norbert Nachtwey. 110 Minuten sind gespielt. Jetzt kommt Dietz, lässt ihm den Ball. Und er rutscht ihm unter dem Arm durch. Dieter Hoeneß setzt nach. Der Ball war frei, konnte gespielt werden. Und er zielt das 5 zu 4. Dasselbe Ergebnis also wie gestern im Pokalspiel zwischen Gladbach und Werder Bremen. Ein ähnlich dramatischer, ein ähnlich sensationeller Spielverlauf. Und wenn dies der letzte Treffer war, mit solch einem Ende, hat wohl niemand gerechnet. Das ist ein dramatisches Spiel. Der Ball, Ferner, wie Klaus Schlappner, pausenlos unterwegs. Noch vor wenigen Minuten die gute Chance durch Klute Simon, Schalke ins Finale zu schießen. Und dann dieser Fehler von Walter Junghans, der sich gerade noch einmal, sie konnten dies nicht sehen, die Hände vor die Augen hielt. Er hat vor Entsetzen. Da verliert ein Mann, der tadellos gehalten hat, ein Spiel möglicherweise. Rudolatek mit dem Ergebnis wird er zufrieden sein. Mit Sicherheit aber nicht über den Spielverlauf. Das hatte sich der FC Bayern ganz anders vorgestellt in Schalke. Und da haben wir Walter Junghans. Schade für ihn. Er tut mir leid, weil er ein gutes Spiel gemacht hat. Dieter Hönnes. Kein Vollspiel. Scheiße. Und Ball im Aus. Und Ball im Aus. Abseits, abseits von Wolfgang Kraus, der zunächst mal so tut, als hätte er diesen Pfiff nicht gehört. Das bringt Sekunden. Aber wenn er weiter gespielt hätte, hätte es ihm die gelbe Karte gebracht. Das weiß er natürlich. Deshalb dreht er im letzten Augenblick ab. Aber wieder der FC Bayern. Über Matti. Kraus rechts. Rummenigge im Ball. Schiedsrichter lässt weiterspielen. Dieter Hönnes. Flute Simon. Flute Simon. Klaus Berge. Klaus Berge. Und er hat noch ein Wiederholungsspiel zu erzwingen. Bernhard Dietz und der Ball ist im Netz Bernhard Dietz und der Ball ist im Netz Das ist unglaublich, ein solch dramatisches Spiel Unfasslich Dreimal sah der FC Bayern wieder sich durch die Liga aus Einmal Schalke 04 Dann schienen die Zweitligisten bereits geschlagen Und nun Bernhard Dietz, der Mann, dem ich dieses Tor gönne Ein vorbildlicher Profi, der mit dem linken Fuß den Ausgleich erzielt Dieter Entferner und ausgleichende Gerechtigkeit vielleicht für den Fehler von Walter Jung Links Manager Rudi Assauer Er wurde 40 diese Woche Olaf Thon, 18 Jahre alt Der Verein am Freitag 80 Also eine Woche der Jubiläen für Schalke Und lange Zeit schien es so, als sollte dies keine glückliche Jubiläumswoche werden Aber gegen den FC Bayern ein Wiederholungsspiel zu erreichen Das ist immerhin schon etwas Und da braucht sich Schalke 04 nach diesem tollen Kampf nicht zu verstecken Was der FC Bayern an technischer, an spielerischer Überlegenheit zu bieten hatte, glich Schalke durch den Kampf raus Der Kampf war vorbildlich Rummenigge auf Dieter Hoeneß nicht im Abseits Hoeneß hat lange genug gewartet Ist das die Entscheidung? Das ist sie Das muss sie sein, meine Damen und Herren Das 6 zu 5 Durch Dieter Hoeneß Drei Minuten vor dem Ende der Verlängerung Der Pass von Karl-Heinz Rummenigge Hoeneß Der lange gewartet hatte Damit er nicht ins Abseits lief Und er jetzt gegen Walter Junghans die Nerven bewahrt Und zum zweiten Mal Wird der Schalker Torwart durch einen Schuss durch die Beine geschlagen Also 6 zu 5 Schalke Liegt erneut hinten Und dass sie diesmal das Blatt noch einmal wenden können Das kann ich mir nicht vorstellen Bruder Lattex schaut auf die Uhr Und Freistoß für Schalke Da spielen sie Dramen ab Man sieht es den Trainern an Unter welchem Druck Unter welchem ungeheuren Druck sie hier stehen Und Karl-Heinz Rummenigge Bekommt hier einen Schlag vor das Bein Korrekter Einsatz Korrekte Entscheidung Er hat den Ball gespielt Und wurde von Bernhard Dietz Der nicht kommen sah Am Knie getroffen Da Dietz Jetzt kommt Rummenigge Spielt den Ball weg Und Dietz Der ihn nicht kommen sah Kann die Ausholbewegung nicht bremsen Der trifft Rummenigge Dietz auch leicht angeschlagen Aber die Entscheidung Auf jeden Fall korrekt Gut 118 Minuten sind gespielt Neun Tore gefallen Elf Tore gefallen Pardon Fünf für Schalke Sechs für den FC Bayern Matte gegen Stichler Und jetzt müsste Walter Jungmann So weit abschlagen wie er kann Denn die Zeit läuft Schalke weg Er tut es auch Ton Ton Schipper Und Karl-Heinz Rummenigge In Verteidigermanier Rettet Auf Kosten eines Eckballes Die letzte Minute der Verlängerung läuft Vielleicht die letzte Aktion Im Gelsenkirchener Parkstadion Und Jean-Marie Pfaff Jakobs Diersen Kulte Simon Nicht vorsperrbar Meine Damen und Herren Wenn jetzt noch ein Tor gefallen wäre Kulte Simon Die dritte große Möglichkeit für ihn In der Verlängerung Der Pass Die scharfe Hereingabe Kam von Klaus Berge Da und dann Kulte Simon Und Jean-Marie Pfaff Die Bayern können sich bei dem Belgier bedanken Der als einzigen in der Abwehr Keinen Fehler machte Matti Die reguläre Spielzeit der Verlängerung Ist um 120 Minuten im Gelsenkirchener Parkstadion Gespielt Elf Tore haben sie Haben wir gesehen Und noch immer pfeift der Schiedsrichter Das war ein Spiel Das an Spannung An Dramatik Kaum zu überbieten ist Dem gestrigen Halbfinal Sicher ebenwürdig Und man muss bedenken Dass ich hier ein zweitligist Gegen einen erstligisten Werte Tapfer Werte Bis zur letzten Minute Wieder Kulte Simon Der hatte ja auch ein bisschen Pech dabei Das muss man sagen Jakobs wirft ein Befürchten ist Und Freistoß Ausgeführt Durch Dirksen Kein Zuschauer hat das Stadion verlassen Vielleicht die letzte Aktion Ton Und erneutes Foulspiel Foulspiel von Kraus An Dirksen Ach der Schiedsrichter Die Mannschaft Welcher Druck jetzt auf den Spielern Wolfgünter Wiesel Korrigiert die Mauer 9,15 Meter vom Ball Ton läuft an Und Dirksen schießt Klute Simon Und Ton Das gibt es nicht Meine Damen und Herren Das gibt es nicht Ein solches Spiel Hab ich noch nicht gesehen Die reguläre Spielzeit Ist seit zweieinhalb Minuten Zu Ende Schalke 0-4 Scheint zum dritten Zum vierten Mal In dieser Begegnung besiegt Und dann Erneut Der Ausgleich Ein unfassliches Spiel Spannung Dramatik Tore Besser Schöner Kann man sich Fußball Nicht vorstellen Was der Pokal Und was die Letzten Spiele In der Meisterschaft An Werbung Für den Fußball Gemacht haben Ist nicht wieder gut zu machen Der Schiedsrichter Pfeift das Spiel ab Praktisch in der letzten Sekunde Er stellt Der junge Olaf Ton Mit seinem Dritten Treffer Drei Tore Also gegen Bayern Den 6.6 Endstand her Damit gibt es Ein Wiederholungsspiel In München Der Endspielgegner Von Borussia München Gladbach Am 31. Mai in Frankfurt Steht noch immer nicht fest Kompliment an beide Mannschaften Kompliment An den FC Bayern München Aber vor allem An den Zweitligisten Der hier ein sensationelles Spiel bot Es lohnt sich Momentan wieder Auf Schalke zu gehen Und vielleicht War diese gute Pokalleistung Ansporn auch für die Zweite Liga Denn Schalke möchte unbedingt Und das ist noch wichtiger Den direkten Aufstieg schaffen Ein fantastisches Pokalhalbfinale Das zu Recht Keinen Sieger gesehen hat Und das ist noch nicht so Es ist noch nicht so Aber das ist noch nie Und so Untertitelung des ZDF, 2020